Sandra Schöck vom TSV Schmieden, knapp 16 Jahre alt, war nicht zufrieden mit ihren Leistungen gestern. Nur 8,45 Punkte mit den Keulen nach einem Fehler und mit dem Seil 8,65 Punkte. Aber sie hat versprochen, es heute besser zu machen. Ihre erste Übung am zweiten Tag dieses Vierkampfes, die Übung mit dem Reifen. Sie liegt unter den über 60 Teilnehmerinnen im Augenblick nach dem ersten Tag auf Rang 20. Wie mit jedem Handgerät, sind auch mit dem Reifen vier Höchstschwierigkeiten und vier mittlere Schwierigkeiten verlangt. Davon eine Höchstschwierigkeit im Sprung, eine im Gleichgewichtselement und in der Pirouette. Die Pferde ist dann frei zu wählen. Hoher Sprung zum Beispiel mit einem Überschlag vor. Bei Sandra ist es Bemühen zu spüren, nur kein Fehler zu machen. Hoher Wurf, doppelte Rolle vorwärts. Ich denke doch, dass sie mit dem heutigen Auftakt ganz zufrieden sein kann. Sandra Schück.